Und jetzt kommt Ohrenbär. Radiogeschichten für kleine Leute. Der Junge im roten Mantel. Draußen erwachen die Vögel. Ich wache mit ihnen auf. Der Morgen guckt durchs Fenster. Auf meinem Gesicht ist ein Lächeln. Das ist so, weil ich mich an den Traum von heute Nacht erinnere. Ich bin auf einem Pferd geritten. Ein Pferd wie kein anderes. Es war stark und mutig und ein bisschen gefährlich und es gehorchte nur seiner besten Freundin. Mir. Chiara. Ganz allein bin ich auf ihm durch die Nacht geflogen. Das ging wirklich, denn mein Pferd hatte Flügel. Aber jetzt ist keine Zeit mehr für Träume. Jetzt ist Aufstehen dran und dann mein Frühstück. Darauf freue ich mich jeden Morgen. Auf mein Kakao und mein Honigbrot. Als ich mich an den Tisch setze, schiebt Papa einen Riesenstapel Bücher zu mir hin. Guck mal, Chiara. Vorne auf den Büchern sind goldene Drachen, silberne Einhörner und Piraten, Indianer, Prinzessinnen in allen Regenbogenfarben drauf. Ich muss zwinkern, so glitzert es. Sind das die Bücher aus der neuen Fabrik, frage ich. Na und ob, stell dir mal vor, eine Maschine hat sich diese Geschichten ausgedacht, sagt Mama und tunkt den Löffel in ihr Müsli. Seit hinter der Schrebergartensiedlung die pudinggelbe Fabrik gebaut wurde, reden meine Eltern von nichts anderem mehr. Denn in der Fabrik steht eine Maschine, die Geschichten schreiben kann. Meine Eltern interessiert das sehr. Sie haben einen Buchladen gleich neben unserem Haus. Dort werden ab heute auch die Bücher aus der Fabrik verkauft. Das ist doch verrückt, sagt Mama. Ich dachte immer, Geschichten kann nur ein Mensch schreiben. Ich dachte, Geschichten kommen aus der Fantasie und jetzt kommen sie aus einer Maschine. Papa schlägt eins von den Glitzerbüchern auf. Auch Mama nimmt sich eins. Während sie lesen, schlürfe ich mein Kakao und esse mein Brot. Ich geh dann mal, sag ich, denn ich will nicht zu spät zur Schule kommen. Mama und Papa hören mich nicht. So ist das, wenn ein Buch spannend ist. Man vergisst alles. Aber etwas stimmt nicht. Mama und Papa starren glasig in die Bücher vor ihrer Nase. Ihre Gesichter sehen aus wie eingefroren, leer, ohne Lächeln. Mama? Papa! rufe ich erschrocken. Mama zuckt zusammen. Fast fällt das Glitzerbuch in ihr Müsli. Papa guckt wirr. Dann schauen sie mich an und lächeln. Ich atme auf. Das musst du lesen. Eine tolle Geschichte. Mama drückt mir ihr Buch in die Hand. Ich lese unheimlich gern. Aber jetzt ist keine Zeit. Jetzt muss ich zur Schule. Vielleicht lese ich das Buch in der Pause. Ich schnappe mir meine Jacke und meine Schultasche. Dann bin ich mit dem Buch in der Hand aus der Tür und auf dem Weg. Mit jedem Schritt schrumpft meine gute Laune. Ich spüre ein Bumpern im Bauch. Das kommt von dem Felsblock, der jetzt in meinem Magen ist. Das ist so, weil ich nicht so gern zur Schule gehe. Mama und Papa wissen das nicht. Ich behalte es für mich. Der Schulweg ist jeden Morgen ein Kampf für mich. Am liebsten würde ich umkehren. Ich versuche, an etwas Schönes zu denken und stelle mir vor, wie das Pferd aus meinem Traum auf mich zugaloppiert. Ein Pferd mit Flügeln und Augen wie Feuer. Als es vor mir stehen bleibt und mich anguckt, weiß ich, es lässt sich nur von einer reiten. Mir. Ich springe auf seinen Rücken. Wir fliegen durch den Himmel. Dann landet mein Pferd auf dem Schulhof, wo seine Hufe den Boden berühren, sprühen, funken. Alle Kinder sehen mich. Mit so einem Pferd kann man nicht unsichtbar sein. Ich winke und jage über den Schulhof davon. Nichts kümmert mich und mein Pferd und... Na, Chihuahua? Ich blinzle. Ich bin auf dem Schulhof angekommen. Vor mir steht Lena, die in meine Klasse geht. Sie sagt es gleich nochmal für den Fall, dass ich sie nicht gehört habe. Na, Chihuahua? Ein paar Kinder stehen bei Lena, alle aus meiner Klasse. Alle.